Schock für YouTube Deutschland. Vor etwa vier Tagen luden die Space Frogs ein Video hoch, bei dem Fett das Ende im Thumbnail steht. Wir haben uns das Video nicht angeguckt, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das das Ende der Space Frogs ist. Sie würden niemals Clickbait betreiben. Glaubt ihr an ein Space Frogs Comeback oder war es das dieses Mal wirklich?